Wenn dir unser Kanal gefällt und die dazugehörigen Videos auch, würde ich mich freuen, wenn du den Kanal jetzt abonnierst und wenn du kein Video mehr verpassen möchtest, dann drück einfach auf die Glocke und du wirst bei jedem neuen Video direkt informiert. Und jetzt geht's weiter mit dem Video, viel Spaß! Hallo zusammen, ich habe heute mal wieder ein kurzes, knackiges Video für euch, in dem ich euch mal was zeigen wollte, wie es nicht sein sollte. Denn ich habe hier einen Sattel zugeschickt bekommen, da hieß es, ich soll doch mal kurz bitte gucken, ob der Sattel irgendwie schief ist oder ob mit dem Baum irgendwas ist oder ob der verzogen ist. Das ganze ist aber ziemlich eindeutig, denn wenn man hier mal guckt, wenn man sich mal hier auf diesen Bereich konzentriert, von der Mitte ausgeht und guckt, wie die Kissen hier angebracht sind, sieht man eigentlich schon, dass ich glaube, diese Seite höher ist und diese ist weiter unten, oder? Ja, genau, man sieht schon, dass das auch, wenn man hier von der Mitte ausgeht, dass das nicht symmetrisch verläuft. Also das hier, das ganze Teil ist einmal zur Seite gedreht. Wenn man jetzt weiter guckt, hier oben von der Mitte aus mal so eine Linie nach vorne ziehen würde, sieht man eigentlich schon, dass der ganze vordere Teil vom Baum einmal so links zur Seite verdreht ist. So, woher kommt das jetzt? Woher kommt so eine komische Drehung im Sattel? Zum einen kann es sein, dass von Anfang an der Sattel schon ein bisschen ungleich zusammengebaut wurde, gerade wenn ich mir das mal angucke. Vorderzeugfallring hier, Vorderzeugfallring hier auf der Höhe, die Schraube sitzt etwas höher auf der Seite, also im Vergleich, Vorderzeugfallring ist da angebracht, hier sitzt das etwas höher, da haben wir so circa zwei Zentimeter im Versatz und auf der Seite hier sind es nur noch ein Zentimeter vom Versatz her. Also vordere Schraube, Vorderzeugfallring und hier so eine Linie rüberziehen wir das ein Zentimeter. Also da haben wir da schon mal eine Schiefe drin und ich würde mal ganz klar behaupten, denn die Probleme waren soweit ich weiß, nicht von Anfang an und dadurch, dass es auch hier so komplett verzogen ist, würde ich sagen, das ist ganz klar ein Fehler davon, dass der Sattel mal falsch in die Maschine eingespannt wurde. Heißt, da ist einer hingegangen, der von seinem Handwerk nicht so wirklich viel Ahnung hat, stelle ich jetzt einfach mal so einen Raum, hat den Sattel eingespannt, hat dabei nicht wirklich aufgepasst, hat den Sattel gebogen, enger oder weiter, lässt sich jetzt darüber mutmaßen, das weiß ich nicht, aber man sieht halt wirklich ganz klar davon, dass der Sattel einmal komplett verbogen ist und verzogen ist. Und so einen Sattel wieder hinzukriegen, das ist ein Haufen Arbeit und das geht in 99 Prozent der Fälle nicht so aus, wie man es gerne hätte. Also man würde den Sattel immer irgendwie schief haben, man würde nicht mehr wirklich gerade kriegen, man kann es probieren, ein bisschen zu korrigieren und zu reparieren, aber erfahrungsgemäß, wenn ein Sattel mal so dermaßen verzogen ist, keine Chance mehr. Wie gesagt, es lässt sich darüber mutmaßen, ob der von Anfang an schon immer so gerade war, ob der von Anfang an mal gerade war, aber ich würde sagen, ganz klarer Fall davon, Sattel schief eingespannt oder Sattel hat sich in der Maschine verdreht und dann hat man halt so ein Ergebnis daraus. Ziemlich ärgerlich, vor allem für die Kundin, sie kann es jetzt nur wirklich probieren, bei dem anderen Anpasser, ich nenne es einfach mal wieder Anpasser oder wie auch immer, zu reklamieren. Ich werde einfach eine kurze Stellungnahme zu schreiben, weil Gutachten kann ich kein schreiben, weil ich kein Gutachter bin, aber es ist halt sehr, sehr ärgerlich und das ist halt wirklich was, was auf den ersten Blick ersichtlich ist und diese andere oder diese andere Person, ich weiß nicht, ob Mann oder Frau, hat gesagt, es ist nichts verzogen, es ist alles gerade. Also es ist ziemlich ärgerlich und ja, deswegen ist wirklich nur wieder so ein superschönes Negativbeispiel und das wollte ich euch einfach mal zeigen, weil es ist schon manchmal echt spannend, was da draußen so abgeht. Ja, wie gesagt, kurzes knackiges Video, länger wird es heute nicht, deswegen, das war es schon von meiner Seite aus und ich würde sagen, wir sehen uns im Laufe der Woche wieder. Bis dahin. Ciao.